hallo meine lieben freunde meines kanals ja ein wahres feuerwerk momentan auf der sonne es gibt ein paar sonnenflecken gebiete die extrem aktiv sind der pfeil markiert das hauptaktivitätsfeld aber auch alle anderen sonnenflecken die jetzt momentan in unsere richtung gerichtet sind immer mit ausbrüchen und auch sehr wenige koronale löcher momentan das heißt ja das ist tatsächlich jetzt momentan eine phase wo durchaus ab und zu mal auch ein größerer flair entstehen könnte der letzte flair der in unsere richtung abging hat tatsächlich nur einen g1 sturm verursacht also nichts dramatisches am anfang ist man sogar davon ausgegangen dass vielleicht gar nichts passiert aber es hat zumindest einen kleinen sonnensturm gegeben aber dieses sonnenfleckengebiet hier schon seit einigen tagen am explodieren sozusagen und das ist ja auch ein relativ großer sonnenfleck und deswegen auch diese aktivitätsphase die wir hier sehen durchaus interessant wir werden also dauerbeschossen mit röntgenstrahlung zum beispiel das heißt also ja das ist ein dauerbeschuss den wir momentan abbekommen und das hat natürlich auch etwas mit funksignalen zu tun das heißt also die generelle funk problematik die wir momentan auch sehen das hat etwas mit diesem sonnenfleck hier zu tun das ist zwar nicht ausgeprägt und unterhalb der meldeschwelle aber es ist halt ständig irgendwas das heißt also keine ruhepause was diese thematik zumindest angeht es gab jetzt in den vergangenen zwei tagen zwei ereignisse die wirklich auch bemerkenswert waren das heißt also genau in diesem gebiet und da gucken wir uns jetzt mal einen dieser ausbrüche an der hier stattgefunden hat also wirklich enorm die ausbruchs energie unterhalb der meldeschwelle das heißt also wir haben hier keinen m und auch keinen ex flair das bedeutet das ist ein unterschwelliger ausbruch den wir hier sehen zumindest was die strahlung generell angeht aber trotzdem eine wunderschöne plasma fontäne die sich dort bildet ja und das ist auch dann eben ein kleiner sonnensturm der dadurch entstehen kann in dem fall nicht auf uns gerichtet wobei der hier also am 15 7 der war tatsächlich eine kombination dann mit diesem ausbruch den ich euch erklärt habe der auf uns gerichtet war also teile dieses ausbruchs haben tatsächlich auch den vorhergehenden am 14 beeinflusst und dadurch hatten wir dann überhaupt diesen sturm also diesen g1 sturm aber wie gesagt das ist alles in einem bereich wo man nichts sieht und auch nichts mitbekommt das ist auch in den sommermonaten zum beispiel nordhalb kugel immer problem und deshalb selbst wenn jetzt ein stärkerer ausbruch kommen würde müsste man mal gucken inwiefern jetzt der tag nacht zyklus das überhaupt ermöglicht dass man dann polar lichter sehen kann aber ja die sonne befindet sich momentan in einer sehr aktiven phase das heißt es gab mal so ein zwei wochen wo es dann wieder ein bisschen ruhiger war wo man auch gesehen hat dass die sonnenflecken aktivität dann wieder leicht rückläufig war aber jetzt ist es wieder volle kanne voll stoff das heißt also da gibt es jetzt dauerbeschuss und einer dieser ausbrüche den zeige ich euch jetzt auch noch und dann auch den namen dieses sonnenfleckengebietes eigentlich ist es ein sonnenfleck ja es ist ein riesengroßer sonnenfleck den wir da sehen ausbruchsgebiet 3363 und auch hier heute also am 17.7 wieder ein ausbruch sogar mehrstufiger ausbruch das heißt also erst eine initiale energiefreisetzung und dann durch das zurückstürzen des plasmas in diesen bereich hinein gab es noch mal einen trigger und dann noch mal einen kleineren ausbruch also hochinteressant was da momentan auf der sonne passiert und ja das ist eben dann auch die gefahren einschätzung zum beispiel gibt es die möglichkeit dass ein großer ausbruch entsteht bei diesem sonnenfleckengebiet oder bei diesem sonnenfleck ist es tatsächlich so dass man nicht davon ausgeht dass der einen extremen ausbruch produziert sondern der gibt seine energie kontinuierlich über kleinere ausbrüche ab das heißt also wenn so ein sonnenfleck dann zwei drei tage plötzlich gar nichts mehr macht dann und nur dann wenn auch das magnetfeld dementsprechend eine konfiguration aufweist die das ermöglicht ja dann kann es mal richtig rumsen aber solange der so vor sich hin kokelt passiert normalerweise nichts größeres aber wir haben auf der auf der linken seite der sonne das heißt es von uns aus gesehen jetzt hier links auch schon wieder neue sonnenfleckengebiete die auch sehr aktiv sind die haben aber keine solche ausdehnung sei es die größe dieser sonnenflecken ist eher klein aber auch die können durchaus einen ausbruch verursachen der dann interessant wird also im großen und ganzen momentan auch wieder für die beobachtung für sonnenteleskope paar tolle ereignisse auf der sonne nicht nur die sonnenflecken sondern auch diese ausbrüche die man dann auch beobachten kann in bestimmten frequenzbereichen immer wieder ja es ist immer wieder wert sich die sonne anzugucken sammeln schöne zeit bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.